Ich habe meine Lieben jetzt mal wieder den Kühlschrank leergeräumt, was ich noch gefunden habe. Daraus machen wir einen leckeren Salat. Ich habe hier einmal Kichererbsen, ich hätte aber auch hier Linsen gehabt. Ihr könnt aber auch Kidneybohnen nehmen. Ich hatte das jetzt, ich habe ein paar Gurken im Glas. Ich habe Petersilie, Möhren, Zwiebeln, Salz und Pfeffer und Öl. Und daraus machen wir jetzt unseren leckeren Salat. Und daraus machen wir jetzt unseren leckeren Salat. Und daraus machen wir jetzt unseren leckeren Salat. Und dann machen wir jetzt unseren Leckeren Salat. So, jetzt kommt es ein bisschen weiter. Schöne Vielen Dank. Vielen Dank.